Ja, es ist schön wieder hier zu sein, mein Stadion hat seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Charme und ich freue mich total auf die hitzigen Duelle und wenn es hier wieder ordentlich laut ist und wir uns dann gemeinsam ab September sehen. Ja, der Adam Mitchell hat mich direkt nach unserer Saison gefragt, wie es bei mir ausschaut und dann kam da auch der Kontakt zum Harry wieder relativ schnell zustande und dann haben wir gesprochen und Harry und Michi haben mich eindeutig überzeugt und ja, ich meine, ich kenne es schon, die meisten müssten mich auch noch kennen und ja, ich hatte eine super schöne Zeit hier gehabt damals und freue mich wieder zurück zu sein. Es gab viele schöne Momente, ich erinnere mich speziell damals, als wir dann die Playdowns quasi gewonnen hatten in der ersten Runde, wo wir dann nicht abgestiegen sind, das war dann im ersten Jahr für den EC, dann haben wir hier mit den Fans auf dem Eis ein bisschen gefeiert und später noch, das war einer der schönen Momente, wo wir es geschafft haben, den Abstieg zu verändern. Also meine persönlichen Ziele sind, ich will mit einem Team erfolgreich sein, ich will da anknüpfen, wo das Team letztes Jahr aufgehört hat, es war eine sehr erfolgreiche Saison letztes Jahr und genau da will ich wieder hin mit dem Team und auch gemeinsam mit den Fans können wir das, glaube ich, auch echt gut schaffen.